15 Minuten! Aufnahmen läuft! Laufnahmen laufen! Oh, warte...Läuft sie wirklich? Ja! Sie läuft! Hahaha! Das... Also ruhig! Aufnahmen läuft, läuft sie wirklich! Ja! Geh! Du! Ohhhhhh! Jamie! Jamie! Hallo! Hallo! Hoi! Hoi! Was machst du da? Äh... In meiner Spiegel! Äh... Äh... What the fuck? So... Äh... Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Ich muss erst mal an, auch zu mir leid. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Mittag! Oder auch! Halt deinen Mund! Ja... Also... Cedric... Nachts... Ein bis zwei Monate... Nach hochqualitativen Videos... Am Stück... Muss auch wieder Rotz kommen. Hahaha... Schön, wie das gesagt hat. Es wird zwei Leute raus... ...die das tun würden. Ey nein! Es ist im Fall schon Rekordverdächtig. Ich schätze das Video auf ganze vier Aufrufe. Ey... Machen... Schreibt in den Kommentar, wenn wir es geschafft haben. Also... Was... 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 Sorry... Was... Mit den Kommentaren hat mich gerade auseinandergenommen. So einen guten Witz gesehen. Hm... Ähm... Heute ist die Mission ein Hackergerät von Leicester zu holen. Ja... Ja... Genau... Ja... Und das mit Stil, Peel und Besenstil. Hahaha... Frau Bessi... 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 Also... Du hast gesagt... Oh... 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 Was weisst du da? Du siehst aus... Was weisst du angekommen haben? Bro... Der packt sich einfach weg von sich. Ah... Haha... Also... Let's go... Machen müssen wir... Ah... Ja... Hört mal die Schnur, Leicester. Ich will wissen wohin. Ey... Wer hört auf Schnur, Jamie? Gar nicht... Ah... Oh... 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 Alter... Ey... Nicht kaputt machen... Oh... 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 Weg da... Das Zeug darf nicht da sein... Was weisst du da? Hahaha... Ey... Jetzt Spass anscheinend an dem Teil... Ich brauche das auch... Wie viel kostet denn? Ist kostenlos? Weisst du schon? Hahaha... Muss ich nicht zweimal sagen... Hahaha... Steht... Ich habe glaube auch einen... Steht... Ja... Scheiße... Gell du musst... Gell du musst dir einen Ding anrufen... Und den liefern dir dann, gell? Pegasus... Pegasus... Genau... Ja... Ich habe auch so einen... He... He... So... Also... Wie geht es diesen Weg? Hey... Mir geht es gut... Bist du sicher? Nein... Wie geht es dir? Ja... Wie geht es mir? Danke der Nachfrage... Es juckt mich eigentlich nicht... Aber ich denke es auch für das Video... Danke... Bitte... Ähm... Ja... Tatsächlich geht es mir gut... Und gut geht es mir auch... Ähm... Aber es geht mir besonders gut... Weisst du... Du siehst jetzt so aus als hättest du einen Freund... Jamie... Hast du einen Freund? Wie sind wir jetzt auf das Thema? Ja... Ich habe gedacht... Ich blamiere dich einfach mal ein bisschen vor meinen Zuschauer... Ja... Spiegel... Was? Du... Du... Echt? Ah... Ja... Meine Katze ist immer für mich da... Ja... Gut... Wenn meine Katze meine Freundin wäre... Dann wäre ich schwul... Das wäre jetzt ein bisschen... Belastend... Jimmy... Ja... Mann... Ziehen wir... Wir ziehen den nicht rein dort... Den ziehen wir nicht rein... Der schläft gerade hinter mir auf dem Bett... Ist noch herzig... Jamie... Das muss ich machen... Hallo... Ich habe den Gnickbruch verpasst... Zugangskarte haben wir... Also ab und zurück... Jamie... Komm... Oh Gott... F... Ich habe den nicht gedrückt... Nicht hoch... Jamie... Let's go... Ich werde gehittet... Los... Los... Ich komme nicht rein... Ah... Alle hopp... 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 Alle... 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 So... Alle... Wenn es das zu sehen ist... Ich fress eben auch so... Uff... Also überall... Da sind Gops... Wir sind weg... Wir sind weg... Hier sind Gops... Wir sind weg... Ich habe keine Sterne... Schon? Ja... Äh... Meine Sterne sind hier... Hallo... Ich habe Sterne... Warum? Also... Sag mal... Was ist dein Lieblings-Essen? Wenn du... Wenn du... Wenn du sehr gute Laune hast... Und... Sommer ist... Was ist dein Lieblings-Essen? Ähm... Ich habe ausgemachte Spätzchen sehr gerne... Muss ich sagen... Im Sommer? Genau... So wie ein Hörnchen... Mhm... Also ich finde es gibt... Also für mich gibt es jetzt nicht so richtig Sommer... Ich esse einfach alles immer... Hier in dem Winter... Ich meine... Wer... Wer sagt so, dass es Fondue auch nicht im Sommer geschessen? Tja... Dusche... Genau... Duschen... Ja... Ich mache die Cops kurz... Wo sind die Cops? Ich sehe keine Cops... Hinter uns... Oh... Ey... Ich kläre das... Hey... Danke schön... Naa... Was sind hier Cops? Nein... Es sind keine Cops... Was sind hier Cops? Nein... Es sind nien Cops... Wieso... Wieso... Bist du denn umdrückt? Ich bin nicht umdrückt... Ich bin runtergefallen... Doch... Ich bin ausgestiegen... Und dann... Du bist ausgestiegen und dann bin ich runtergefallen... Weil ich über die Planken dort gefahren bin... Aua... Und jetzt bin ich da ganz unten... Lass mich ab! Hallo! Au! Muss ich auch zu dir runterkommen. Die Fallanimation ist bei mir ganz kaputt. Nein nein, komm schon hoch. Ah, wenn es die härtere Variante muss sein. Ah, gut, funktioniert irgendwie nicht. Perfekt. Ja bitte! Nein, komm hoch! Ja, was ist denn dein Lieblingsessen im Winter? Bro, was willst du von mir? Was ist dein Lieblingsessen? Bist du gerne Schweizer? Probably. Wärst du gerne Österreich? Was ist deine Lieblingszahl? 7. Wieso? Ich weiss auch nicht. Ich finde 7 ist eine ungerade Zahl. Es ist nicht 6, es ist auch nicht 8, es ist einfach 7. Wieso wohnst du bei deinen Eltern? Weil ich noch nicht volljährig bin. Was machst du gerne in der Freizeit? Trompeten spielen. Bist du dumm? Was fragst du, Alter? Ja. Was für eine IQ hast? Gute Frage. Was für ein Auto fährst du? Ja. 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 Ich gebe zu. Das ist eine gute Antwort. Wieso? Weil ich nur eine Töffelprüfung habe und Autoprüfung im Wald. raus. Ich habe nicht einmal einen Traktor. Oder kann ich nicht einmal richtig Auto fahren? Nein. Ist das ein Auto oder ist das ein LKW? Das müssen wir hier irgendwie wieder aufbauen. Ist das ein Auto oder ist das ein LKW, das du jetzt gerade fährst? Das ist ein Auto. Also darfst du mit dem Auto fährst und fahren? Es ist ein LKW! Eben. Was ist es jetzt? Oder ist es die Schweiz? Es ist die Schweiz. Dick und fett. Okay. Und das grosse Lachsch jetzt ist belastend. Es ist schon belastend. Was kommt gerade bei dir so im Leben? Nein. Siehst du die Schranken? Nein. Ich wollte umfahren. Ja. Was geht bei dir gerade im Leben ab? Ähm. In meinem Leben? Ab und zu. Mach schnell antworten. Schnell antworten. Schnell antworten. Schnell und ohne viel Not denken. Was machst du jetzt gerade? Jetzt gerade spielen. Was passiert nach dem Wochenende? Ähm. Mittag. Hast du ja nächste Ferien? Was? Sorry, aber was? Dann hast du gleich wieder Wochenende. Nächste Wochenende. Wieso? Weil ich halt so schaffe. Okay. Wie gross ist dein? Was? Aha, dein. Aha, so. Ich muss gar nicht mehr sagen. Also, weisst du, ich will nur so sagen. Der Umfang ist riesig. Ähm, 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 pfff. Weisst du, ich kann dir alles sagen. Es, 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 es schaut eh keiner. Es, es, es schaut eh keiner. Mit was vergleichst du ihn? Mit was? Mit einem Giraffe halt. Mit einem Giraffe halt. Mensch. Das Lektor, wo mir gerade in den Sinn gekommen ist. So. Ey, was rennst du da zu sein rum? Hallo. Ja. Ja. Ja, Alter. Mamma mia, du hast alles kaputt gemacht. Mamma mia, Pesto und noch Mucho, Gusto. Genau. Kraszismus aktiviert. So, suchen wir doch mal her. Alter, ich dachte, ich habe den voll in die Box. Er wird unendlich leben, oder? Keine Ahnung. Aua, das ist das Fazit. Das zeigt einmal nirn. Au. Hoffentlich. Müsst du nicht unendlich leben. Achso. Weisst du, ob es dann irgendwie vorbei ist? Aber wir haben ja nirn irgendeine Ahnung. Also nein, es ist keine Hauptmission eigentlich, also. Ach, haben wir ein Handy, oder? Ah. Yo, wow. Das fällt dir jetzt auch noch früher auf dem Fall. Ich habe gerade einen abgestochen, aber der lebt immer noch. Da brauchst du so lange, um dir anschiessen. Anschiessen? Und er rennt fast nicht. Also ist das normal, dass er fast nicht rennt, wenn man da das schwere Sturmgewehr hat. Er rennt so langsam mit mir vor allem auch. Und kann nur ein Messer um die Hand. Anleiters nimmt Sturmgewehr. Sorry, ich stichte dich ab. Oh, der Jan hat mir geschrieben. Wer ist der Jan, Jamie? Dürfen wir da etwas wissen? Mein Nachbar. In diesem Fall nicht. Okay. Seri, wieso hat er das geschrieben? Weil er doch dich vor mir ein Zeitchen gefragt hat, ob dir noch etwas gehen würde. Das ist aber schon lange her. Und ich hatte keine Zeit, wie wir aufnehmen sind. Ja, du, eben. Ich finde, das ist eine gute Beschäftigung. Ich bin auf guter Spur. Es blinkt bei mir des Todes, aber irgendwie... Oh, jetzt geht es wieder runter. Ja. Doch, da vorne. Ja, also... Es blinkt bei mir des Todes. Dann geht es wieder runter. Schau, jetzt haben wir wieder runter. Kommt. Da vorne. Da vorne. Ja, wow. Let's go! Da vorne. Ah! Da vorne vorne. Wirklich nicht schneller. So schnell. Ja, gefühlt schon, Alter. Alter, meine Sterne haben jetzt einen Herzinfarkt gemacht. Die blinken bei mir ins Tod. Sterne? Ja. Oben rechts sogar. Ja, ja. Warum verlierst du sie bald? Nein, sie blinken nicht normal schnell. Sie blinken anders. Sie denken anders. Ich habe XP bekommen, weil ich in der Neue von dir gesehen habe. Alter, dein Ding ist safe schon lange eingezogen worden. Ah nein, er steht noch oben. So. Hey Alter, hör auf! Hallo! Warte doch mal auf mich. Ich bin am Einsteigen gesehen. Wieso funktioniert das nicht mit dem Drifter? Ich bin am Anfang der Tore. Oh wow. So lange schon geht er am Spielen oder weiss es immer noch nicht, Alter, dass man dort auf die Tore fahren kann. Das ist ein globales Signal. Nein, nicht das globales Signal. Nein! Es dreht uns direkt rum, Alter. Nein. Ich glaube, irgendeine habe ich irgendeinen Bock. Irgendeine... Ich habe Sterne bei mir, aber nicht. Mein Schrifttext habe ich aber nicht. Wir bringen das Hackergerät zur Spiele. Genau. Ah gut. Jetzt haben wir Sterne verloren. Wie das auch immer gerade gegangen ist, aber ja. Ich denke zu GTA, dass es... Keine Ahnung. Wir sind cool. Man muss nicht alles wissen, Jamie. Nein, manchmal... Jamie, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Lieblings Essen? Ozeanblau. Burger mit Pommes frites. Was? Burger mit Pommes frites. Burger mit Pommes frites. Oh, du bist so langweilig. Was ist deine Lieblingszahl? Drei. Lieblingsauto? Eine Arschbackenfläche. Arschbackenfläche. Rund. Was? Keine Ahnung. Arschbackenfläche in Quadratmeter. Fünf. Oh, Alter! Hehehehe! 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 Jaja! Joa! Ich meine, jedem sei es. Lieblingslehrer. Lieblingslehrer. Und bitte, es geht noch ein bisschen. Lieblingslehrer. Äh, Herr Naderi. Herr was? Naderi. 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 Lieblingslehrer. Das ist gut, ich meine. Hehehehe! 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 Der Carlos de la Fuente ist ein ehemaliger Lervo. Ein Fegenschlag, scheisse. Ach der, ja. Du kannst halt schon nicht fahren. Du bringst es einfach nicht an. Mir hat es gerade unten geknallt. Also geknallt mit irgendwelchen Türen oder so. Weisst du, du willst was auch machen? Nein, eigentlich nicht. Das ist sehr gut. Ach schon. Jaime! Bitte, wir sind immer noch nicht angekommen. Ich will ja am Gott sein. Was kann ich jetzt so schwierig, selbst in die Spiele hinzufahren? Anscheinend schon. Jaime, hast du das wusste? Äh, Cedric. Was für eins? Was ist das für eine Dir? Mensch. Ach schon. Hau! Sind Babys nicht eigentlich auch Haustiere? Ohohohohohohohoho! Er nimmt gerade unser System auseinander. Er nimmt gerade die ganze Weltgeschichte auseinander. Er nimmt gerade die ganze Weltgeschichte auseinander. Sind Babys nicht auch Haustiere? Weiter geht's! Weiter geht's! Deine meisten tragen ich Kleidermarken? Die Befriend. Die anderen haben keine Marke. Lieblings-Youtuber? Was soll ich mit tun? Haha! Was hast du sonst noch für Kanäle? Zu viel! Was? Kennt ihr denn etwas da drunter? Ja! Juli und Bam! Ah! Juli, du kennst die Videos? Nein, ein paar Millionen. Abonnenten an den Kanal. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt sind wir hier. Perfekt. Das waren die besten Gespräche, die wir je hatten in einem Spiel. In der Tat. Und. Und. Unsere Stunkmission. Abgeschossen. Nein. Jetzt du hier mal ein bisschen die Zuschauer unterhalten. Ich gehe jetzt schnell schauen, wie lange unsere Aufnahme schon läuft. ganze 19 Minuten. Liebe Leute. Perfekt. Äh. Das wär's mit mal gesehen. Von einer super Unterhaltungssendung. Ähm. Wir wünschen euch jetzt noch einen ganz geilen Tag. Und. Jamie, tschüss. Letzter Woche wieder mal. Beliket das Video. Beliket das Video und tschüss. Bye. peninsula置 diamさんkästige. Über in einem Spiel. Wir�로 gemeinsam联세요. Tschüss. 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 Tschüss, tschüss. 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 Gan mastern. Nachos supplementen warmаемogen. Tagools zusammen das Video auf der compartir grabanyecome resources칠rauen, Vielen Dank.